Hallo zusammen, wer meine Webseite kennt, barnerpulli.ch, hat vielleicht auch schon entdeckt, dass ich meine ersten Camping-Abenteuer mit Maxli verbracht habe. Und heute treffe ich Maxli. Zusammen mit meinem guten Freund Daniel und eben seinem Maxli verbringen wir hier auf dem Campingplatz Olak eine gute Zeit. Und jetzt wünsche ich euch viel Spass. Und jetzt wünsche ich euch viel Spass. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Im hinteren Teil des Campingplatzes ist das zweite Sanitärgebäude. Darin findet man Toiletten, Lavabos und die Duschen. Untertitelung des ZDF, 2020 Draussen hat es genügend Waschplätze fürs Geschirr. Alles ist sehr sauber und gepflegt. Natürlich darf die Entsorgungsstation für die Camper nicht fehlen. Wir sind zurück beim Hauptgebäude, bei der Rezeption. Da hat es einen kleinen Shop und ganz viel Dokumentationsmaterial für Ausflüge. Hinter dem Haus steht eine Waschmaschine und ein Kühlschrank für die Gäste zur Verfügung. Und dort sind auf weitere Sanitärate. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Anlässlich seiner Ernennung zum Reichsvogt des Brienzer Seegebietes errichtete der Freiherr Kuno von Brienz im 13. Jahrhundert eine Höhenburg auf einem Hügel bei dem Weiler Rinkenwiel und nannte sie nach diesem Rinkenberg. Und zu dieser Burgruine sind wir nun gewandert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn Freunde sich treffen, nach einem schönen Apéro kochen wir uns ein Fondue. Das Wetter passt, es ist recht schön, aber noch kühl. Das Wetter passt, es ist recht schön, aber noch kühl. Das Wetter passt, es ist recht schön, aber noch kühl. Das Wetter passt, es ist recht schön, aber noch kühl. Das Wetter passt, es ist recht schön, aber noch kühl. Das Wetter passt, es ist recht schön, aber noch kühl. Das Wetter passt, es ist recht schön, aber noch kühl. Das Wetter passt, es ist recht schön, aber noch kühl. Das Wetter passt, es ist recht schön, aber noch kühl. Das war's dann auch schon vom Campingplatz Ola am Prinzersee. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschau, tschau.